Abrissverzögerungsankündigung Aus Sicherheitsgründen wurden alle elektrischen Geräte inklusive der Generatoren zum Dach transferiert Der Zugang zum Gelände ist bis zum Abklingen der aktuellen Unruhe verboten Alle Mitarbeiter sind angewiesen, zu Hause zu bleiben und auf weitere Anweisungen zu warten Ja, supergeil, supergeil Ja, Shotgun, 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 Shotgun Könnt ihr den Granatwerfer nehmen, ne? Oh, wir machen mal erstmal noch die etwas schmalere Variante Nein, 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 das blaue Juwel, nein Scheiße, oh, Hass ist ärgerlich, das ist richtig ärgerlich Was wäre denn eigentlich, äh, hochwertiges, äh, Schießpulver mit hochwertigen Schießpulver zu benutzen? Geht das? Freund Können wir das tun oder implodiert denn das Universum? Jetzt werde ich herausfinden Kommi, die den, kommi, die den Magnum Ah, oh, okay, alles klar Jetzt brauchen wir bloß noch eine Magnum Die man bestimmt mit dem blauen Saphir bekommen hätte Aber das ist eine andere Geschichte So, was wir uns noch einpacken werden Ist vielleicht die Granate Naja, und vielleicht noch einen Davon Und dann heißt es Let's get ready to rumble Ja, okay, okay, okay Das ist mein Schottkopf Okay Okay Let's get ready Let me find out oh okay 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 das hat jetzt mal nicht so gut geklappt denn würde ich vielleicht doch sagen wir nehmen das ist und scheinbar können wir nehmen es ist so nicht besiegen sondern wahrscheinlich durch das zerstören seiner waffen irgendwie aufhalten aber da gab es der typische krass schön schatz Oh, kommst du her? Oh! Mann, los, Schüsse, was ist denn? Oh, Schüsse, was ist denn? So! Nein! Nein! Ach, Mann! Ach, da wär noch so geile Sachen zum Einpacken gewesen, ey! Ah, ärgerlich! Oh, besser gesagt, diese Frau ist ultra-touch! Krass, äh, Frau, krasse Frau! Okay, gut, jetzt müssen wir mal kurz schauen, wie sieht's aus? Äh, eigentlich noch alles ganz in Ordnung. Aber, ja, ich glaube, äh, Granatenmunition habe ich da oben gesehen, eine rote Pflanze, und das wird's wahrscheinlich noch nicht gewesen sein. Mist! Zwei grünen Kräuter gemischt, ja, wahrscheinlich ein bisschen effektiver dabei weggekommen, aber ich hab gedacht, ein Kräuter reicht. Naja. Carlos, hier Jill! Hörst du mich? Laut und deutlich. Alles klar bei dir? Ja, der Mistkerl ist tot. Gut, scheiß Karl! Was hast du dir dabei gedacht, als Köder herzuhalten? Du hättest sterben können! Komm, spar dir das! Ich hab getan, was nötig war! Ich weiß, und... Danke! Die U-Bahn ist abfahrbereit! Beeil dich! Und wieder einmal zurück zur U-Bahn-Station. Es wär ja geil, wenn wir jetzt wirklich nochmal den blauen Saphir benutzen könnten. Würde mich persönlich sehr, sehr, sehr froh stimmen. Auf dem Raum, hier dauern nichts. Oh, Moment, was haben wir hier? Pistolen-Munition, sehr schön. Ja! Feuerwehrmann! Oder Feuerwehrfrau, in dem Sinne. Okay. Oh, jetzt nach vorne mein Räumpanzer. Nice! Na, Freunde? Na, Freunde? Okay. ARPD-Zentrale. Hier spricht 153. Ich bin im North Garden mit drei Zivilisten eingesperrt. Westseite, Cafeteria. Hinten in der Küche. North Garden. Okay. Gun Shop Kendo! Oh, oh, okay. Alles klar. So, dann schauen wir nochmal, ob wir die vielleicht ein bisschen mehr für die Horde leiten können. Na, das war der gute Schnitt. Schauen wir nochmal, ob wir vielleicht so Gun Shop Kendo können. Oder wir nehmen einfach den Räumpanzer. Der ist cool. Okay, alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Bitte, 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 bitte. Jawoll. Hallihallo. Halbautomatischer Lauf. Na, schau doch mal einer an. Und die Schlonze wird immer besser. So, hier fahren wir mal noch. Ein grünes Kraut. Oh ja, wirklich. Sieht wieder sehr verdächtig da hinten aus. Hier. Hii Wil haver. Hii daw maa. Hii gayer. MMMM. MMMM. Rand Munition erstellt super schön. Heyy. Hey. Ach, scheiße. Wenn du... Komm. Alles klar. Klick, 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 klick. Ah, schön. Alles klar. Wir können wenigstens ein bisschen was verstauen. Das ist super. So, Stromnizierung. Keine Lust, Torsch, Schlüssel. Seine Tochter. Oh, scheiße. Seine Tochter ist infiziert. Ach, Mann. Scheiße. Ja, ne. Baustellenabsicherung. Das ist schön hier. Na, Vorsicht. Das hält auf jeden Fall vom Fallen ab. Einfach auf die Pylonen so eine Stange gedüttelt. Und dann fällt man auch nicht mehr runter. Oder man stürzt einfach hier gleich in den Tod. Super cool. Gott sei Dank wird der Sturz noch gebremst. Durch etwas rustigen Bewährungen. Stahl. Aber, nein. Ja, die Animationen sehen auch immer geil aus. Das schon. Haben sie cool gemacht. Haben sie wirklich schön gemacht. Hey, Kumpel. Alter. Oh, jetzt Kinder alles wird gefressen. Oh, shit. 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 Okay, also, wow. Ist auf jeden Fall erstmal irgendwo ein Körpertreffer, damit sich die Schwachstelle zeigt. Gott. Ich fühl mich verschranztet. Okay, Gott. Ich fühl mich verschranztet. Was ist das Wohnhaus, ist das denn jetzt hier schon, ja? Ja. Also, was ist das Wohnhaus, ist das denn jetzt hier schon, ja? Vielen Dank.